Ja, Moinsen, da bin ich auch schon wieder. Ja, diesmal ist das eigentlich nur so ein improvisiertes Video, weil ich dachte, das muss ich mal eben ganz kurz da meine Gedanken einmal in Videoform sozusagen bringen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt inzwischen schon, ist ja gerade erst ein Auto, also heute ist ein Auto in das Tor beim Bundeskanzleramt geknallt. Ich blende dazu hier ein paar Bilder ein. Ja, also dieses Auto ist da halt reingeknallt in das Tor beim Bundeskanzleramt und so weiter. Und wie man natürlich jetzt sieht, sind das natürlich hier Corona-Leugner ganz eindeutig, hier Kinder-Mörder und was da draufsteht, da alles. Und natürlich muss da auch noch Stopp der Globalisierungspolitik draufstehen auf der anderen Seite, also wenn, dann alles rein. Und ja, also es ist natürlich klar hier, was hiermit bezweckt werden soll. Also man kann vorweg schon mal, man kann sich sicher sein, dass dieser Anschlag jetzt oder dieses Ding hier wird jetzt hundertprozentig von den Politikern massivst ausgeschlachtet werden. Das Ding wird aufgebauscht werden, noch und nöcher als das Schlimmste ever hingestellt werden. Ja, wird aufgebauscht werden. Das wird den Corona-Leugnern in die Schuhe geschoben werden und auch irgendeiner eventuell vorhandenen Opposition, sprich hier diesen AfD oder sonst irgendetwas. Also das wird allen, die irgendwie irgendetwas gegen die Politik sagen, wird das hier in die Schuhe geschoben werden. Und hauptsächlich eben den Corona-Leugnern, die werden dafür direkt verantwortlich gemacht werden. Davon können wir quasi ausgehen. Das Ganze wird natürlich dann die Türen für weitere und eben auch verschärfte Maßnahmen öffnen. Zum Beispiel jetzt hier was Demonstrationen oder Versammlungen eben betrifft von den Corona-Leugnern und sonst irgendetwas. Und vielleicht auch mal hier und da eine Hausdurchsuchung bei den Corona-Leugnern. Also Strategie der Spannung lässt hier grüßen. Also man muss sich ja nur angucken, was die letzten Wochen oder sowas berichtet worden ist, um hier so ein bisschen, also was erst gemacht worden ist sozusagen. Also zuerst fängt man zum Beispiel an, die Corona sozusagen, das hat man schon Ende Oktober angefangen mit, diese Corona-Leugner, diese Corona-Proteste Richtung Terrorismus zu schieben. Also dass das Ganze eben quasi, also der Link, der Frame sollte, wie es Daniele Ganser ja auch immer so schön sagt, also diese ganze Verbindung in seinem Kopf, in den Köpfen sollte stattfinden. Terrorismus, Corona-Leugner, Terrorismus, Corona-Leugner, Corona-Leugner, Terrorismus. Das sollte sich so langsam aber, oder soll sich so langsam aber sicher verknüpfen. Ja, also wie gesagt, man wurde, das wurde halt so langsam aber sicher eben alles in diese Richtung gedrängt und dass das auch alles, wie gesagt, ist, also es würde so alles Richtung Terrorismus gehen da langsam und immer mehr Radikalisierung würde stattfinden und ähnliches. Zuletzt hat, vor ziemlich genau, oder vor fast so ungefähr einer Woche, also vor roundabout zehn Tagen, hat der Verfassungsschutz vor Anschlägen durch Corona-Leugner gewarnt. Ja, also der hat halt hier eben gesagt von wegen, ja, es könnte durchaus sein, hier Corona-Leugner machen Anschläge und, und, und. Das ist wie, also ich bin ja in einigen Gruppen hier und da aktiv und das ist bei allen ziemlich auf Lächerlichkeit gestoßen, muss man ja mal sagen. Ähm, niemand hat vor hier einen Anschlag großartig, also niemand hatte irgendwie vor einen Anschlag zu machen oder sonst irgendetwas, also es geht von, also never. So vielleicht irgendwelche völlig beknackten Gruppen, was weiß ich, aber die haben dann mit diesen, mit denen, die man so als Corona-Leugner, mit den Demonstranten quasi, die in Berlin und sowas oder Leipzig auch auf der Straße waren, erstmal so nix zu tun. Äh, ja, nun knallte kaum eine Woche später, nachdem dieser Typ das hier dann gesagt hat, äh, von wegen, also, es geht roundabout, es läuft jetzt ungefähr einen Monat, Quatsch, äh, knapp, dass man diese Terrorismus-Corona-Leugner-Verbindung knüpft. Ähm, natürlich fing es schon vorher an so langsam, aber das Wort Terrorismus taucht so roundabout ungefähr seit einem Monat in dem Zusammenhang auf. Ähm, und jetzt ist das kaum eine Woche später, nach dieser Warnung, ähm, von dem Verfassungsschutz, knallt nun dieses Auto in das Tor beim Bundeskanzleramt und es hat auch noch die wohl lächerlichsten Beschriftungen ever an der Seite, damit es auch quasi der dümmste rafft, dass das hier Corona-Leugner waren. Ähm, also, und, also alles in diese Richtung der Demonstranten da gehört und so, also, es ist einfach absurd und lächerlich, meiner Meinung nach, muss ich ja mal sagen, was hier passiert. Ähm, also jeder, der nicht ganz blöd ist, den sollten hier ähnlich wie bei diesem Sturm auf dem Reichstag schon mal die Alarmglocken läuten. Also, wie gesagt, das wird ausgeschlachtet werden, ausgenutzt werden und garantiert, ähm, für härtere Maßnahmen, ähm, missbraucht werden von der Politik. Ja, wie gesagt, Strategie der Spannung lässt offensichtlich grüßen, man kann noch, oder wir sind ja mal gespannt quasi dann darauf, was da noch alles so rauskommt, ähm, oder sich in den nächsten Tagen oder auch heute noch so alles ergibt. Und wer ist gefahren oder sonst irgendetwas, also wer ist dagegen gefahren und, und dann ist ja nicht mal doll dagegen gefahren. Guck mal, wie das Auto vorne aussieht, ist ja nicht mal richtig was kaputt. Also, es ist echt völlig absurd. Es ist, es sollen einfach nur Bilder erzeugen. Das hier soll Bilder erzeugen, die dann wiederum eben ausgestartet werden. Ja, wie auch immer. Äh, ihr wisst Bescheid. Dies ist das Corona. Dieses hilflose Gestammel jetzt auch jüngst in diesen Tagen durch die Präsidenten verschiedener Landesämter für Verfassungsschutz, dass man die Querdenker besonders beobachten muss, wegen der rechtsextremistischen Einflussnahme. Es drückt nochmal die Hilflosigkeit aus der Politik, weil die Verantwortlichen gerade in Berlin längst begriffen haben, dass sie dieses Land mit ihrem verkorksten Krisenmanagement in Sachen Corona in Sackgassen geführt haben. Wir wissen, dass an verschiedenen Stellen der Bundesrepublik durch Polizeien mit Hilfe von geheimdienstlichen Methoden Eingriffe stattgefunden haben, die sind so gravierend und erschreckend. Das ist nicht nur dieser Vorgang in Hamburg mit vier jungen Schutzpolizistinnen, die als verdeckte Ermittlerinnen motiviert wurden, übermotiviert wurden, im linken Bereich mit Legenden sich in das Vertrauen einzuschleichen. Davon drei mit lesbischen Liebschaften, die also extra durch die Betten geturnt sind, damit sie besser Informationen ziehen können. Das ist eine einzige Katastrophe für einen gesunden, demokratischen, pluralistischen Rechtsstaat, der die Bundesrepublik Deutschland darstellen soll. Solche Vorgänge gibt es, die aufgeflogenen Vorgänge, verdeckte Ermittler, auch in Heidelberg. Ich selbst habe jetzt bei meinen Bewegungen in diesem Querdenkerbereich zwei verdeckte Ermittler mit, also auffliegen lassen können. Nicht ich alleine, aber mitgewirkt. Ein V-Mann, der in ihren Gruppen unterwegs gewesen ist. Alle sind soweit neutralisiert, jedenfalls für die Gruppen, in denen sie für mich mit auffällig wurden. Aber die werden natürlich wieder eingesetzt. Sie müssen davon ausgehen, dass im Osten der Bundesrepublik Deutschland praktisch jede Initiative unterwandert ist. Vielen Dank. Vielen Dank.